Hänses Blitz Rezepte heißt garant saugen sie gut und schnell mit wenig Zutaten wäre es mit einem Orangenhähnchen ja als geschnetzeltes eine schöne idealerweise Biohähnchenbrust und die Biohähnchenbrust fein schnetzeln so ein paar Zwiebelchen schneiden und dann muss man auch gleich mal weinen wenn ich Zwiebel schneide also heiße Pfanne Hähnchen rein das Hähnchen mit Salz ein bisschen würzen dann kommen die feinen Schalotten rein schau mal richtig feine schöne leckere Schalotten und das ganze jetzt kräftig anbraten gleich mal locker aus dem Handgelenk schwenken und dann kommt dazu meine Lieben ein Löffelchen original englische Orangenkonfitüre dazu ein paar Pfefferbeeren und die auch gern so ein bisschen quetschen dann eine frische wirklich wichtig eine Bio Orange gewaschen ordentlich mit warmen Wasser abgeschrubbelt und da kommt ein bisschen Schalte dazu dann zwischendurch nochmal schwenken dann die Orange halbieren und den frischen Orangensaft fast fertig fast fertig im Tröpfchen Orangenlikör ein Schlückchen Sahne und ein paar Pinienkerne aufkochen lassen in Minütchen warten okay so ist die Soße perfekt hey Freunde das duftet nach Orange durch die Schale das ist echt toll auf den Teller anrichten ein Orangengeschmetzeltes mit Hähnchen das muss ich mir einfach jetzt mal gönnen Ehrenwort total gut Nudeln dazu bisschen Reis und alle sind happy guten Appetit Henses Blitz Rezepte